Äh, ich würde vorschlagen, erstmal runterzubauen. Gut, dann gehen wir jetzt in das Häuschen rein. Wupp. Ich höre einen Höhlenzorn, das ist doch schon mal gut. Huch. Tem, tem, tem. Und da unter uns ist eine Höhle. Was ist aber schön gebaut hier? Ach, das ist nur so ein notdürftiges Ding. Ja. Reicht. Ja. Aber trotzdem, hübsch. Ach, einfach nur Koppel. Ja, ich rede ja nicht nur vom Koppel, sondern dass du es generell hübsch gebaut hast. Echt? Du verarschst mich doch schon wieder. Nein. Ja, das ging ja schnell mit der Höhlen-Suche. Ja, ne? Pop, pop. Fonk, fonk. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Höhle. Hier haben wir auf jeden Fall schon wieder. Hier ist eine Schlucht. Das ist gut. Dann geht es nämlich direkt runter. Boing, boing, du wirst beschossen. Ja, ich sehe schon. Ich muss erst mal die Pfeile hier nach unten sammeln. Huch, verdammt. Warte. Das kann ich auch, Kollege. Das kannst nicht nur du. So, dann wollen wir mal hier runter wandern. Boah, das ist aber schön groß hier. Das ist fett, ja. Oh. Ich gehe doch mal nach hinten zum Wasser. Bitte helfen. Ne, ich habe sie. Ist gut. Ei, 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 ei. Da kann man ja... Das ist ja richtig. ...einen an sich kriegen hier. Ein schönes, großes Eisenvorkommen habe ich hier entdeckt. Ja? Ja, das nehme ich gerade mal mit. So. Und ohne Ende Kohle ist hier auch noch zu finden. Zapp, 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 zapp. Ei, du hast da Eisen übersehen. So. Hier haben wir noch... Oh, Masskohle. Zack. Hier geht es ganz schön ordentlich nach unten. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Wollen wir einfach nur hoffen, dass da genug zu finden ist, was wir da brauchen. Gold wäre gut. Ah. Du sagst es. Nein. Nicht wegspülen. Komm, was ist denn hier los? Ja, es geht hier gut abwärts. So, dann nehmen wir das mal mit hier, pflücken das mal auseinander. Und dann gucken wir mal, ob da nicht vielleicht irgendwo was Nettes zu finden ist. So, das Wasser habe ich abgestellt. Sehr gut. Ja, ich weiß. Bin halt ich. Richtig. Das Schlimme darin ist, es geht mir all die Kuh. Gar nichts. So, nada. So, völlig, völliges Niente. Ein bisschen Eisen. Na ja, das ist ja schon mal was. Wir sind aber auch, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch. Ja. So. Wo habe ich denn hier? Cobblestone habe ich hier. Kann ich das hier einsetzen? Kupfer. Ich komme mal zu dir runter. Ja. Zack. Oh. Oh, hi. Okay, dann eben so. Ein Zombie. Und ein Skelett. Au. Du hast mit der Ultimate Fist gekauft. Du bist ein Cheater. Ich hatte eine Panikreaktion. Eine Panikreaktion? Oh. Verdammt. Was denn? Erstens hier ist ein Enderman und zweitens hier ist ein Ninja. Ach nein. Doch. Nein. Ich sehe auch schon, wir haben hier schon wieder Diamanten vorkommen. Ich habe den Enderman schreien hören. Ja. Er ist doch gestorben. Hat er dir eine Perle hinterlassen? Weiß ich jetzt nicht. Nee, den sieht man im Inventar. Oh, Minispinnen. Ja, dessen Viecher, die mag ich wie Fußpitz. Ach du meine. Aua. Ach du meine. Ach du meine. Ähm. Was denn? Hat er Schiss? Nein. Es wäre nichts Schlimmes. Ich habe auch Schiss. Vor was denn? Ach. Einfach so. Obligatorisch. Weißt du? Solidarität. Wir-Gefühl. Team. Ja. Also ich bin jetzt auf Level 12. Cool. Ich habe auch Lava. Das ist normal. Ab Level 11 müsste Lava Spawning Level sein. Aber das Schlimme darin ist, kein Gold. Kein Gold. Hm. Kein Gold. Lass mal gucken, wo du rumrennst. Ach hier. Ach nee, hier ist tatsächlich eine Mine. Das ist ja... Wir wollten eine andere Mine finden. Nee, wir wollten eine andere Höhle finden. Ja, hier ist Mine und Höhle. Von Minen war nie die Rede. Hier ist doch alles zusammen. Die haben ein Wir-Gefühl, hä? Ja. So, dann... Wo bist du? Ach, da. Noch hier oben. Gut, dann bau du mal da ab. Ich mache schon mal einen kleinen Weg da runter. Zip, 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 zip. Hm. Oh, oh. Was heißt denn da, oh, oh? Hier ist ein Spinnenspawner. Ein Spinnenspawner? Glaub ich jedenfalls. Wo bist du? Da. Ja, hier ist ein Spinnenspawner. Definitiv. Ich stehe. Stehe das Wasser ab. Sooo, danke, bitte. Ja, das habe ich mir gedacht, Kollege. Du musst den Spinnenspawner auch leer machen. Ja, da wäre ich jetzt gleich hingelaufen. Ich wollte ja nur mal gucken, was da hinten noch ist. Ach, die Frage ist, beleuchten wir ihn? Ja, das tun wir. Oh, hast du ja. Ja, viele Spinnen. Gold! Gold? Das ist so schön. Ja, ich muss aber erst das essen. So. Cool. Ihr Stück. Na, immerhin. Ja, besser als gar nichts, das stimmt schon. Bitte nicht auf mich einschlagen. Ich bin von dir entfernt. Cool. Hey, dein XP-Level steigt. 20. Cool. Hast du hinten schon alles abgesucht? Da waren ja zwei Gänge. Nein, ich habe noch nichts abgesucht. Ich habe jetzt erstmal nur diesen Spawner gesichert. Du gehst jetzt in der Richtung weiter, wo du gerade bist. Du kannst ja mal ein bisschen absuchen. Aber da ist eine Spinne. Machst du platt. Gut, also was ich hier sehe, ist Eisen. Und diese komischen Stalagnit-Dinger. Und ich bräuchte was Essbares auf die Finger. Das ist dann hier. Was bitte ist denn Topaz-Erz? Keine Ahnung. Hier ist... Also Biomso Plenty hat schon ein paar merkwürdige... Hier ist noch ein... Anwandlungen. Noch ein Spinnenspawner. Ach du Scheiße. Das nimmt ja gar kein Ende. Oh leih. So. Oh leih. Oh leih. Oh leih. So viele Spinnen. Hey, ist ein guter XP-Lieferant. Spinnen? Klar. Vor allem, wenn sie am Spawner sind. Ah, jetzt stirbt er. Du meinst hoffentlich die Spinne, ja? Alter, was hier Diamanten rumliegen, ist es nicht mehr schön. Gold ist echt eine Rarität, ja? So, hier hinten der Gang ist leer. Da ist nichts mehr zu finden. Ich bin hier. Hi. Was ist da? Spinnen. Mhm. Ist das ein Loch? Noch ein Loch? Ich habe die Spinnen mal frei geräumt hier. Da ist noch eine. Wo bist du denn? Unter dir. Hier unten. Ja, ja, ich habe die schon gesehen. Ah, du blöde Spinnen. So, gucken wir mal auf die Uhr. Lang haben wir nicht mehr. Oh, oh, oh. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Oh, Lava. Über mir. Da muss ich aufpassen. Die kann ich nicht einfach so abbauen. Die Kohle, die da liegt. Müssen wir doch mal gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Am besten mal so. Oh. Oh, hübsch. Was denn? Schübsch. Äh, hier ist noch ein Spawner. Das gibt es doch nicht. Ein Spinnenspawner? Ja, hier müsste noch einer sein. Alter. Was ist hier los? Hier ist ein Gang. Oh, Mann. Okay, ich sehe zumindest schon mal da, wo irgendwo deinen Namen, den sehe ich da schon mal. Ich sehe dich. Aber. Du musst hierher kommen, wo ich jetzt bin. Ja, ich habe ja noch Diamanten zu pflücken. Ja, hier. Dann bin ich bei dir. So, fertig gepflückt. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Ist auch noch irgendwo ein Enderman. Du bist nicht weit weg. Hier bist du. Enderman kann ich auch hören. Hier. Ja, ja. Hier ist ein Spawner, Tatsache. Ich habe auch extra die Diamanten für dich gelassen. Warum? Bau doch ab. Wow. Wow, da ist er ja schon wieder. Hey, Mann. Da ist Gold. In der Wand. Aber es wird bewacht von zahlreichen Spinnen. Danke. Say, Mann. Ich mag es da versuchen. Vielen Dank.